Hallo nochmal Sven, jetzt haben wir unsere Haartransplantation hinter uns. Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen zu unserer Haartransplantation bei Hairxtreme. Woher haben Sie uns kennengelernt und gefunden? Auf Facebook gibt es eine Gruppe für Haartransplantation. Da habe ich mich informiert. Da gab es gute Resonanzen. Sehr schön. Wie war das Willkommen im Flughafen des VIP-Service, unser Hotel und das Krankenhaus? War super. Dankeschön. Haben Sie bei der Haartransplantation mit der Narkose-Varianz Schmerzen entgefühlt? War sehr angekündigt. Wie verlief die Haartransplantation ganz mit unserem Arzt und den Krankenschwestern? Ich fühle mich gut betreut und sicher. War sehr gut. Und würden Sie uns weiterempfehlen? Definitiv. Haben Sie noch etwas anderes zu sagen? Ganz besonderen Dank an den Betreuer, der hat sich sehr gut gekümmert. Das war tadellos. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die Entscheidung bei Hairxtreme und wünschen weiterhin Ihnen alles Gute. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.